Richtig gut, die Ereingabe jetzt ins Zentrum. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Jetzt kommt der Schuss! Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht er es akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Was für ein Tor, das sehen wir uns gerne nochmal an. Nimmt den Ball einfach mal Volley, hält drauf und der Mut wird belohnt. Das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor.